Moin moin und hallo meine Freunde, herzlich Willkommen hier auf Gerster LP auf... Nala? Ach, sehr schön. Ja, ähm, herzlich Willkommen hier auf Gerster LP auf YouTube. Die wuselt da hinten mit dem Greenscreen ein bisschen rum, sehr unprofessionell, aber vielleicht auch ein bisschen charmant, man weiß es nicht. Dies ist ein kleines Announcement-Video und zwar möchte ich euch mitteilen, dass meine Livestreams ab sofort und ausschließlich auf Twitch zu finden sind. Ich habe mich dazu entschieden, Livestream-technisch umzuziehen, weil mir die Plattform Twitch zum Livestream einfach besser gefällt. www.twitch.tv slash Gerster LP ist da eure Anlaufstelle. Ihr werdet weiterhin hier natürlich die On-Demand-Videos finden, meine ganzen Let's Plays in alter Qualität und genauso wie ich es vorher auch gemacht habe, sowohl als auch ein paar Live-Let's Plays, denn ich werde auf Twitch auch Spiele Let's Playen, wo ihr dann live dabei sein könnt, während ich die Aufnahmen mache. Kann dann ein bisschen auf den Chat eingehen, werde das dann aber auch schneiden für den On-Demand-Channel auf YouTube. Warum habe ich das gemacht? Wie gesagt, schon, ähm, mir gefällt die Plattform als Streaming-Plattform ein bisschen besser. Es ist etwas übersichtlicher, man wird leichter gefunden und ich denke, man kann auch angenehmer miteinander kommunizieren und ein bisschen mehr für die Zuschauer machen. So, ich sage nur Custom-Emotes und Sub-Badges und was weiß ich nicht, was alles. Also, ich würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen, wenn ihr mich dort auch unterstützen würdet und mir da ein Follow dalassen würdet. Ähm, ja, was gibt's noch zu sagen? Vielen Dank, dass ihr euch das Video bis hierhin angeschaut habt. Äh, Nala bedankt sich auch recht herzlich und wir freuen uns, euch live auf Twitch begrüßen zu können. Vielleicht wird sie ja auch mal den einen oder anderen Stream mitmachen, mal gucken. Vielleicht baue ich auch mal den Kratzbaum hier ein oder so, ich weiß es noch nicht. Lasst euch auf jeden Fall überraschen und ich freue mich weiterhin über jedes Abo, jeden Klick, jedes Follow, jeden Kommentar von euch. Und auch in den Livestreams freue ich mich immer wieder, wenn ihr mit mir kommuniziert und es macht einfach am meisten Spaß, wenn ihr dabei seid. Und vielen Dank für den Support bisher und auch weiterhin. Bis dahin!